Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Immer mehr von unseren Konsumenten entscheidet sich für GOP-Exklusiv-Marken. Also Produkte, die nur bei GOP erhältlich sind und sich durch überdurchschnittliche Leistungen auszeichnen. Das ist vor allem bei Lebensmitteln der Fall, trifft aber immer mehr auch auf Non-Food-Artikel oder Textilien zu. Neu zum Club der GOP-Exklusivitäten gehören jetzt auch Blumen. Und damit wir das auf den ersten Blick erhält, haben diese gerade besondere Etiketten bekommen. Fleur GOP mit allen Angaben, die Sie über dieses besondere Frischprodukt informieren. Wie alle Produkte mit der Auszeichnung Exklusivität GOP, unterstehen auch die Rosen strengsten Qualitätsnormen. Dazu gehört der Transport der frisch geschnittenen Rosen in gekühltem Wasser mit Schnittblumenahrung. Die Fleur GOP-Kühlkette von 3 bis 5 Grad wird vom Produzent bis in die Verkaufsstelle nie unterbrochen. Und permanente Qualitätskontrolle durch unsere Fachleute und regelmässige Untersuchungen auf Spritzmittelrückstände gehören ebenfalls zu den Vorschriften bei Fleur GOP. Alle diese Massnahmen machen es möglich, dass wir die Haltbarkeit von diesen Rosen bei Ihnen zu Hause mindestens 6 Tage lang garantieren können. Wie andere Blumen sind aber auch die Fleur GOP-Rosen für ein Minimum an Pflege dankbar. Vor dem Einstellen steilschräg anschneiden. Darauf achten, dass hier keine Blätter ins Wasser kommen. Die beigelegte Schnittblumenahrung nicht vergessen. Das Wasser nicht wechseln, höchstens bei Bedarf nachzufüllen. Rosen haben nicht gern zu warm und auch keinen Durchzug. Und sie bevorzugen es, wenn man sie zu Nacht eher kühl stellt. Dank der Haltbarkeitsgarantie von Fleur GOP und ihrer sachkundigen Pflege werden sie von jetzt an noch länger Freude an den Rosen haben. Und damit auch das Kaufen noch mehr Freude macht, offerieren wir Ihnen den hübschen Strauss mit 10 Mosrosen für nur 5,90. Immer mehr Produkte aus biologischem Anbau und artgerechter Tierhaltung kommen Sie in unseren Läden unter dem GOP Naturaplan Label über. Neben Eiern aus kontrollierter Freilandhaltung, Butter, Sultanine oder Röpfel ist seit kurzem auch Halbweissmehl mit Knospengarantie erhältlich. Und nach diesen Angaben kennen Sie sicher auch schon die Aufgabe, die Armin Amrein diese Woche für uns gelöst hat. Grüezi miteinander. Etwas zum Backen liegt bei diesen Produkten auf der Hand. Wegen darum nicht einmal einen feinen Apfel-Nuskuchen. Anken, Zucker und Eingäub zusammen schaumig schlagen. Das Mehl absieben und mit dem Backpulver mischen. Dann zusammen mit den Haselnüsse, Schoki-Würfel, Sultanine, einer Preise Salz und ein wenig Vanillezucker und eine Buttermasse heben. Die gerasplten Apfel ebenfalls dazu mischen. Teilweise mit Zucker steif schlagen und vorsichtig darin ziehen. Alles in eine bebutterte Form füllen und bei 180 Grad backen. Nach rund einer Viertelstunde verbreitet der Apfel-Nusskuchen seinen wunderbaren Duft und wird alle begeistern, womit wir mit einem trockenen Kuchen nicht viel anfangen können. Ich bin sicher, dass Sie das Rezept gerne selber ausprobieren möchten. Sie finden es wie immer in der Coop-Zeitung auf der Seite mit der Aktion. Viel Vergnügen! Ebenfalls mit etwas Süssem geht es jetzt weiter im Markenfenster. Wo ist jetzt wieder meine Sonnenbrille? Auf den Garten oben. Der Fotoapparat, der Film. Wo ist das Zeugs? Alles bei mir. Könntest du auch ein bisschen helfen? Komm, probiere doch auch. Das ist doch besser als klassisch. Das ist Mövenpick. Das ist fast wie Ferien. Geniessen den Moment. Mövenpick. Wohnen mit Top-Tipp heisst gut und günstig einrichten. Und was wir Ihnen heute zeigen, können Sie in der Regel gerade mitnehmen. Auch daheim ist schönes Bürowetter jetzt programmierbar, dank dem funktionellen Schreibtisch in Kieferenmassiv. Ausgestattet mit geräumigen Schubladen und einer grosszügigen Arbeitsfläche gibt es einen zum unbürokratischen Preis von nur 360 Franken. Richtig bequem sitzen Sie auf diesem Bürostuhl mit individuell anpassbaren Rücken- und Sitzteilen aus Stoff. In allen Coop-Top-Tipp-Ausstellungen finden Sie jetzt übrigens den Computertisch in Buchernatur zum Preis von 120 Franken. Woche für Woche viel Geld sparen können Sie, wenn Sie unsere Aktionen berücksichtigen. Hier wieder ein paar Beispiele. Zwei Goldstar-Pizza-Margarita kosten nur 4,90. Drei Päckere Kambli-Bretzeli gibt es für 5,70. Geranien aus Schweizer Kulturen kommen Sie für 3,50 über. Ausserdem offerieren wir Ihnen Wasser- oder Longdrink-Gläser im Dreierpack für nur 5 Franken. Und im Coop-Restaurant offeriert Ihnen diese Woche der Chef ein Bulepigate am Einländerart mit Risotto und Blattspinat für weniger als 10 Franken. Wenn Sie sich auch bei den Kleidern für Produkte aus biologischer Herkunft interessieren, aber trotzdem gerne modisch angelegt sind, empfehle ich Ihnen das Coop-Studio vom nächsten Mittwoch. Dort wird nämlich die neue Frühling-Sommer-Kollektion von Coop Natur allein präsentiert. Bis dann, auf Wiedersehen!